Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Angela. Ich darf euch heute meine Praxis vorstellen. Ich bin übersiedelt. Ich bin seit Jänner jetzt in der Lenzstraße im Stadthaus in Mittersil. Gesichtsbehandlungen werden bei mir durchgeführt mit Produkten von Maria Galon und Dalgo. Nebenbei mache ich auch Körperbehandlungen. Ich habe mich spezialisiert auf die Biosuny Bioresonanz. Energetische Unverträglichkeiten, Schwächungen des Körpers und vorhandene Giftstoffe werden auf einfache Weise gefunden. Diese Verursacher werden energetisch eliminiert und die Selbstheilungskräfte des Organismus wieder in Gang gesetzt. Nebenbei habe ich auch ein Sauerstoffgerät. Damit werden die Mitochondrien trainiert. Man wird leistungsfähiger für Spitzensportler oder Hobbysportler. Sauerstoffsättigung ist auch wichtig, um die Sauerstoffsättigung nicht nur in der Muskulatur, sondern auch im Blut wieder auf 100% zurückzuführen. Dabei gibt es auch noch eine Methode von mir, die Kleinsche Methode. Mit der Kleinsche Methode schauen wir einfach, wo sind energetische Blockaden, die Ursache einfach herausfinden und nicht das Symptom behandeln. Jede negative Emotion blockiert die Muskulatur und jeder Muskel führt zu einem Organ. Sei es auch die Wirbeln oder die Zähne sind mitverantwortlich. Ich würde mich freuen, euch, sie in meinem Studio, in meiner Praxis begrüßen zu dürfen. Ich komme gerne zu der Angela. Bei der Angela ist generell die Atmosphäre sehr nett. Und wo man eine Gesichtsbehandlung braucht, ist es ideal. Und auch für meine Kinder ist es total super. Sie werden bei der Bioresonanz total fein betreut, wenn eine Impfausleitung war oder irgendwas. Und man kann alle möglichen Sachen, gibt es bei der Angela, rundum Betreuung für die ganze Familie. Sauerstoffbehandlungen und man fühlt sich einfach wohl und es ist total netto.